Sarah? Er wäre dankbar, wenn Sie anhalten würden, damit er sich erleichtern kann. Für sowas haben wir keine Zeit. Er hätte es ja machen können, bevor wir losgefahren sind. Er ist nicht begeistert von Ihrer Einstellung. Ach nein? Beschwert sich der Kleine? Würdest du ihm bitte klar machen, ich bin ein Mann und er ist ein Hund. Und auf keinen Fall werde ich mit ihm eine Unterhaltung führen, weil er ein Hund ist. Darum lautet meine Antwort, nein. Der Hund sagt Danke. Sagt er das? Hat er sonst noch einen Wunsch? Er fragt nach einem Knochen oder Fleischleckerli. Kommt ganz oben auf die Liste.